Auf der Prolet & Sound 2024 hat uns Clay Parky einen neuen Moving Head mitgebracht. Was ist es? Ja, herzlich willkommen erstmal bei uns auf dem Clay Parky Stand. Ja, Volero Cube haben wir uns ausgedacht. Eine etwas modulare Geschichte. Wir können seamlessly quasi die Geräte aneinanderreihen, können die miteinander arretieren, so dass wir quasi eine lange Lichtreihe haben, die wir tiltmäßig verfahren können. IP66, 80 Millimeter Linse. In der Mitte gibt es noch ein Strohkreuz mit 3 Watt Kaltweiß-Strob-LEDs. Also da lässt das Effektherz nicht zu wünschen übrig. Also ein wirklich modularer Moving Head. Und weitere Informationen gibt es natürlich bei Clay Parky.